Okay. Da hat der Ring nicht. Warum hab ich das denn nicht? Das eine ist da ohne für die Tür, das andere ist für die Kabine. Die hab ich auch abgeschlossen. Das gibt's ja gar nicht, das ging Platz nicht. Das gibt's doch nicht, das ist ein riesen Ding her. Das ist ja zehnmal so groß als der andere. Ey, das gibt's doch wirklich nicht. Das ist ja so falsch verstanden, da kann man so groß aussahen. Gebt mir die anderen wieder ein. Ey, das gibt's doch nicht wieder Standard-Pinnen-Nähe. Das war ein Apparat. Das war mal fett.